Moin und herzlich Willkommen bei Chikki TV. Wir sind in Chikki und wir starten hauptsächlich im neuen Format. Das heißt Jump Chikki Jump. Da geht jetzt darum, dass Chikki über einen einzelnen Sprung springt, den wir immer mehr hübsch machen. Und da fängt man nur mit dem heutigen Sprung an. So, wir fängt über einen Hübsch von 90 cm an und nur darum es geht drüber zu springen. So, da sind wir mittlerweile bei einer Hübsch von 1 Meter. Da geht es darum, dass wir übersprangen. Und das ist jetzt Jump Chikki Jump. So, falls ihr möchtet, nur in diesem Video 1 Meter 10 Spangen gesehen, gebt es euch gerne. Das war es von mir. Bis die nächste Woche auf Chikki TV. Ciao.